GZSZ ist eine tägliche Serie des deutschen Fernsehens. Wir lieben alle den Thomas, weil der Thomas total nett ist. Der Typ hier am Telefon hat ein Belüftungssitz... Also der Charakter Leon ist natürlich ein Charakter, der gar nicht geht. Ich möchte es... Wenn dieser Pressefuzzi nicht mitgekriegt hat, dass du... Alter, Alter! Apropos Silvester, ein Kumpel von mir kann... Apropos. Moment, das sagst du nicht als richtig. Gelsen? Apropos. Sagst du echt nicht als richtig? Emily und ich, wir... Jetzt red doch keinen Scheiß, Juna, du bist ein super Typ. Wenn ich nicht schon mit John zusammen wäre... Ja, ja, komm, lass stecken, ohne Scheiß. Lieb gemeint. Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung. Du, wenn du erstmal raus bist, fangen wir mit dem Training an. Und dann heißt es Zugspitze die zweite Willkommen. Wow. Also, was ich auf der Zugspitze wollte, habe ich erreicht. Ja, das Gejaule... Ja, das Gejaule. Das hat schon mal das Problem gehabt. Das Gejaule. Auch wenn Erik geholfen hat, da bei seinem Bruder hochzuheben. Nee. Felix, komm, bitte. Ja. Und nun? Roll den Schlauch wieder ein. Plan B. Wie war's das? Doch, ich hab dir geraten, den Camper zu kaufen. Und jetzt sind 10.000 Tacken einfach... ...einfach den Bach runtergegangen. Keine Ahnung. So, pass auf. Keine Ahnung, der putzt freiwillig das Chemieklo, um uns die Nummer zu verkaufen. Scheiße, ich sag das immer wieder. Das ist doch super. Kinder, Kinder, Kinder. Na, das war's schon wieder. Ähm, wir sehen uns die Tage wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, ich mach's noch mal. Wow! Ey! Geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert, deswegen... ...abonnieren. Na los! Abonnieren!